Schimmel in der Wohnung ist immer wieder ein Thema. Speziell jetzt in der kalten Jahreszeit, wo natürlich niemand besonders gerne lüftet. Wie man den Schimmel wieder wegbekommt oder wie er gescheiter, gar nicht erst dann steht. Hier die wichtigsten Tipps zusammengefasst von Hans Barandun. Die leichten Schimmel kann man mit einem feuchten Lumpen wegwäschen. Es gibt auch Spray in der Drogerie und dann bringt man das weg. Wenn der Schimmel stärker wird und man sollte nach dem Motto werden dann anfangen, dass man gleich reagiert, wenn man etwas feststellt, wenn es stärker wird, muss man fast einen Maler einsetzen. Alle grösseren Malerfirmen haben so Spezialabteilungen, wo man den Schimmel bekämpft und wegmacht. Kann Schimmel zu gesundheitlichen Problemen führen? Es ist tatsächlich so, dass wenn man Schimmel sein lässt und sich ausbreitet, dass dann ein gesundheitliches Risiko tatsächlich entstehen kann. Es sind zwar nicht alle Schimmelsporen giftig, aber es ist vor allem gefährlich für Kleinkind, wenn man da nicht Abhilfe schafft und eben sofort reagiert. Wie kann man vermeiden, dass Schimmel überhaupt entsteht? Also grundsätzlich muss man sich ja bewusst sein, dass Schimmel eben durch Feuchtigkeit kann entstehen und das fährt schon an bei den Möbeln. Dass man eben Möbel ganz speziell an Aussenwand, 2-3 cm von der Wand wegstellen soll, dass dort hinten die Luft zirkulieren kann. Im Bad zum Beispiel wäre es halt gut, man würde nach dem Baden oder Duschen schnell mit einem Lumpen über die Fugen einfahren oder mit einem Tuch, dass das trocken ist. Weil überall, wo nachher Wasser liegt, ist die Gefahr einfach gross, dass der Schimmelbildung dann gibt. Dann ist Lüften halt das Thema. Und auch wenn das die Leute manchmal nicht so ernst nehmen, wenn sie nicht lüften, dann ist die Gefahr einfach gross, dass der Schimmel entsteht. Und das wollen wir ja nicht. Wann muss man den Vermieter über den Schimmelbefall informieren? Sofort, wenn ich merke, ich habe dasselbe nicht mehr im Griff mit dem Nasselumpe und dem Spray aus der Drogerie, weil sich das ausbreitet, dann gelangt man am Vermieter, entweder an Eigentümer direkt oder an die zuständige Verwaltung.